Hallo und guten Tag, willkommen auf unserem YouTube-Kanal God's Promises und das heutige Video wird Nummer 5 sein, Bedeutung und Symbolik, lass uns jetzt beginnen, 5-Numerologie. Bedeutung und Symbolik der Engelszahlen Die Numerologie hat die Neugierigen schon lange fasziniert und die Bibel enthält eine tiefgreifende Symbolik, die mit Zahlen verbunden ist. In diesem Video werden wir die Lehren und die spirituelle Bedeutung der Zahl 5 in der biblischen Numerologie untersuchen. Insbesondere werden wir uns mit der engelhaften Bedeutung und Symbolik hinter dieser Zahl sowie ihrer praktischen Bedeutung befassen Anwendungen für Gläubige. I. Enthüllungsengel Nummer 5 Es wird angenommen, dass Engelszahlen göttliche Botschaften über Mitteln und Führung und Einsichten bieten. Die Zahl 5 nimmt einen besonderen Platz in der biblischen Numerologie ein und repräsentiert Gnade, Gottesgüte und menschliche Verantwortung. Die Symbolik von Verstehen diese Zahl kann unser spirituelles Verständnis vertiefen. 2. Symbolik von Engel Nummer 5 Gnade Engel Nummer 5 symbolisiert Gnade und repräsentiert Gottes unverdiente Gunst und Liebe gegenüber der Menschheit. Es dient als Erinnerung an Gottes reiche Gnade, Vergebung und Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren über die Gabe der Gnade, die aufopfernde Liebe Christi und die Möglichkeit zur spirituellen Erneuerung. Gottesgüte Die Zahl 5 steht für Gottesgüte und Großzügigkeit. Es erinnert die Gläubigen an die Güte und Güte unseres himmlischen Vaters, der für unsere Bedürfnisse sorgt und uns reichlich segnet. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren über Gottes Fürsorge, seine Treue bei der Befriedigung unserer Bedürfnisse und seinen Wunsch, seine Kinder zu segnen. Menschliche Verantwortung Engel Nummer 5 betont auch die menschliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Es ruft die Gläubigen dazu auf, im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten zu leben, Weisheit und Urteilsvermögen zu üben und sich aktiv am Werk des Reiches Gottes zu beteiligen. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren über den Aufruf, Gott und andere zu lieben, ein gerechtes Leben zu führen und gute Verwalter der uns anvertrauten Gaben und Talente zu sein. 3. Alltägliche Anwendungen Die Gnade Gottes annehmen Die Symbolik des Engels Nummer 5 lädt Gläubige dazu ein, die Gnade Gottes voll und ganz anzunehmen. Es ermutigt uns, seine Vergebung anzunehmen, anderen Gnade zu schenken und in Dankbarkeit für das Geschenk der Erlösung zu leben. Indem wir Gottes Gnade annehmen, können wir Freiheit, Heilung und eine erneuerte Beziehung zu ihm erfahren. Die Güte Gottes widerspiegeln Engel Nummer 5 fordert Gläubige dazu auf, die Güte Gottes in ihrem täglichen Leben wiederzuspiegeln. Es fördert freundliche, großzügige und mitfühlende Handlungen anderen gegenüber. Indem wir Gottes Güte widerspiegeln, können wir eine Quelle des Lichts und der Hoffnung in einer Welt sein, die seine Liebe braucht. Verantwortung übernehmen Die Symbolik von Engel Nummer 5 ruft Gläubige dazu auf, Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen. Es erinnert uns daran, dass wir eine Rolle im Reich Gottes spielen müssen und dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Indem wir Verantwortung übernehmen, können wir mit Integrität leben, kluge Entscheidungen treffen und einen positiven Einfluss auf die Menschen um uns herum haben. Streben nach spirituellem Wachstum Engel Nummer 5 ermutigt Gläubige, nach spirituellem Wachstum und Reife zu streben. Es veranlasst uns, Zeit in Gebete, Bibelstudium und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu investieren. Indem wir nach spirituellem Wachstum streben, können wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen, Weisheit und Verständnis erlangen und unsere Ziele effektiver erreichen. Fazit Engel Nummer 5 hat in der biblischen Numerologie eine bedeutende Bedeutung und Symbolik. Es repräsentiert Gnade, Gottes Güte und menschliche Verantwortung. Indem Gläubige die Gnade Gottes annehmen, seine Güte widerspiegeln, Verantwortung übernehmen und nach spirituellem Wachstum streben, können sie eine tiefere Verbindung zu Gott erfahren und einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben. Mögen wir die Symbolik des Engels Nummer 5 beachten und danach streben, im Einklang mit Gottes Gnade und Absicht zu leben.